Herzlich Willkommen auf diesem Kanal der Geheimnisakademie. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Die Geheimnisakademie ist eine Kooperation zwischen Christopher Weidner und den Mantikern. Und die Mantiker, das sind wir. Kirsten, die Darowissende. Und Rohe der Mantiker, auch als das Roheakel bekannt. Das Wochendaroskop ist neben zahlreichen Buch- und Kartenrezensionen unser Highlight. Ja, aber wir bieten dir hier auch reichlich Legepraxis, Informationen zu einzelnen Karten des Tarot oder zum Beispiel der traditionellen Orakelkarten und noch vieles mehr aus 30 Jahren Expertise und Erfahrung mit den Karten. Abonniere darum unbedingt diesen Kanal und profitiere von unserem mantischen Wissen. Und schau auch unbedingt noch auf den anderen Kanälen der Geheimnisakademie vorbei. Und vergiss nicht, never give up. Indeed.